Barbie ist so ziemlich der wokeste Film aus dem Jahr 2023 und lässt Disney-Produktionen daneben alt aussehen. Wer glaubt, der Film erzählt nur eine bunte, überdrehte, harmlose Story über Barbie, der hat sich ordentlich getäuscht. Beziehungsweise den hat das omnipräsente Marketing getäuscht. Man sieht sich den Trailer an und erwartet einen Film, der jungen Frauen die Möglichkeit gibt, in Barbie-Land einzuzauchen. Also so wie viele von ihnen es in ihrer Fantasie wahrscheinlich tausende Male in ihrer Kindheit gemacht haben. Beziehungsweise auch Männer, ich wollte niemanden ausschließen, also alle, die mit Barbies gespielt haben. Sprich, man rächen mit einen Dreiviertelstunden seichter Unterhaltung, abschalten und sich in einer anderen Welt verlieren, vielleicht sogar mit einer Story, die halbwegs gut funktioniert. Was ich nach dem Trailer auf jeden Fall nicht erwartet hatte, waren einen Dreiviertelstunden pure feministische Propaganda, und zwar nicht von einer guten Sorte, und durchgehenden, komplett unverhohlenen Männerhass. Es geht um das Barbie-Land, das komplett von Barbies geführt wird. Sprich, Barbies haben alle wichtigen Positionen inne, während Cans daneben eher hohl und dümmliche Dasein fristen. Die Cans stehen zwar für ihre Barbies, dürfen aber nicht mal bei ihnen im Haus übernachten und werden schräg angesehen, wenn sie von den Barbies auch mal etwas wollen wie Liebe oder so, also wirklich toxisch. Sie werden also praktisch wie Menschen zweiter Klasse behandelt, sprich, der feuchte Traum wird gezeigt, der in 85% aller Hollywood-Produktionen propagiert wird. Eines Tages muss Barbie dann von Barbie-Land aber in die echte Welt, um ihre Inhaberin zu finden, weil Barbie Zellulite bekommt und das verhindern möchte oder so, und Ken geht auf jeden Fall mit ihr mit. Und in der Menschenwelt sind sie dann in L.A. und was da passiert, mit dem hätte Barbie nicht gerechnet. Nämlich alle, jepp, verallgemeinert und natürlich ohne irgendwelche Subtilität, alle Männer sind frauenverachtende Schweine, die Barbie nicht nur nachpfeifen und ihr versaute Sachen nachrufen, sondern auch tatsächlich nicht davor zurückschrecken, sie auch gleich auf offener Straße anzugrapschen. Und dann wird Barbie verhaftet und es stellt sich heraus, dass die Polizisten genau solche Schweine sind, weil sie eh nur blöd kommentieren. Aber was soll's sind halt auch Männer und was soll man sich von Männern erwarten. Stimmt, Greta? Barbie tut dann also ihr Ding und sucht die Frau, die sie mal besessen hat. Keine Ahnung, warum sie genau diese Frau sucht und keine anderen der tausend Frauen, die die, wie im Film bezeichneten, stereotypischen, blonden Barbies besessen haben. Aber Logik ist in dem Film nicht unbedingt vorrangig. Was auch ganz witzig ist, ist die Figur von Ken, beziehungsweise so wie die DrehbuchautorInnen Ken darstellen wollen. Denn während Barbie unterwegs ist, sieht Ken, dass es in der echten Welt tatsächlich Leute gibt, die ihn respektieren. Als Beispiel, sie fragen ihn nach der Urzeit und Ken fühlt sich gleich wie der ärgste Macker, weil es das erste Mal in seinem Leben praktisch ist, dass ihn eine Person respektiert. Und das gefällt ihm, seltsamerweise. Und er zieht den Schluss, dass der Grund dafür das Patriarchat sein muss, das in dieser Welt herrscht, und geht dann zurück in Babylon und bringt das Patriarchat dann auch dorthin. Er ist also naiv und will respektiert werden. Also pure Toxizität. Und interessanterweise gelingt es ihm und allen anderen Kenz auch ziemlich schnell, alle Barbies in Barbie-Land zu brainwaschen, sodass sie das Patriarchat es auf einmal gut finden und die Kenz benennen Barbie-Land in Ken-Land um. Und das geht, wie gesagt, obwohl die Barbies ja eigentlich den Kenz als intellektuell weit überlegen dargestellt waren, aber trotzdem können die doofen Kenz innerhalb von ein paar Stunden alle Barbies auf einmal brainwaschen. Weil, wie gesagt, Logik ist nicht unbedingt ein wichtiger Teil dieses Films. Sprechen wir nochmal kurz über Ken und die unglaublich witzigen Widersprüche, in die sich die DrehbuchautorInnen bei der Darstellung dieser Figur begeben. Ken soll ja dargestellt sein als praktisch steinzeitähnliches Wesen, der in die wirkliche Welt kommt und so hohl ist, dass er den Gedanken des Patriarchats gut findet und gleich mitmachen will, weil typisch Mann. Eigentlich soll er seine Art Antagonist dienen, aber als Zuseher hat man eigentlich eher Mitleid mit ihm. Das Einzige, was der Typ will, ist nämlich respektiert zu werden. Okay, und was ist jetzt dieses toxische Verhalten, das die Kenz in Kenland jetzt an den Tag legen? Ja, solche brutalen Dinge wie den Barbies zu erklären, wie PowerPoint funktioniert. Oder sich ernsthaft darüber zu unterhalten, dass der Pater ein guter Film ist. Oder ihren Barbies am Lagerfeuer einen Song auf der Gitarre vorzuspielen. Und dass die Filmemacher anscheinend wirklich glauben, dass so ein Verhalten tatsächlich toxisch ist, ist nicht eine Verarsche der modernen Hollywoke-Ideologie oder sowas, sondern ist tatsächlich ernst gemeint. Es soll lustig sein, weil es zeigen soll, wie es im echten Leben so abläuft, wie dumm und einfältig das stereotypische Verhalten von Männern im Alltag doch so ist. Wenn auch nur ein bisschen mit Subtilität und Nuasiertheit gearbeitet worden wäre, wird uns der Film irgendwann mal zeigen, dass eben nicht alles so einseitig ist, wie anfänglich dargestellt. Dass Kenz zum Beispiel nicht nur beschränkt und unnötig sind und Barbies auch nicht nur perfekt. Sprich, dass beide voneinander lernen können und das Zusammenleben auf Augenhöhe eigentlich das Erstrebenswerte wäre. Und ja, am Ende des Filmes wird uns vielleicht in einem Satz gesagt, dass die Barbies zu den Kenz nicht nett waren und dass sich in Zukunft vielleicht was ändern wird. In Zukunft vielleicht. Aber das alles wird uns nur gesagt, aber gezeigt wird uns etwas komplett anderes. Und wenn der Film als eine Parodie unserer Gesellschaft aufgefasst werden will, ist immer noch die Frage, was genau ist eigentlich seine Message? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es wahrscheinlich keinen kleinen medialen Aufschrei gegeben hätte, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Sprich, wenn zum Beispiel ein Ninja Turtles oder ein Power Rangers Film rausgekommen wäre, dessen Kern praktisch aus antifeministischen Witzen besteht. Und vor allem auf gutem Weg wäre, eine Milliarde Dollar zu knacken. Der Untergang des Abendlandes würde wahrscheinlich prophezeit werden, aber andersherum ist es vollkommen okay. Barbie kommt dann zurück ins Barbie-Land und entbrainwashed alle anderen Barbie-Kollegen nach und nach und die finden das Patriarchat dann doch nicht gut, tun aber doch irgendwie so, um die Männer zu täuschen. Weil im Endeffekt planen sie, die Kenz zu stürzen. Wie dieses Stürzen genau abläuft, keine Ahnung, wird nicht so genau gezeigt. Auf jeden Fall geben sich die Kenz dann wieder damit zufrieden, ihre Rolle als Nichtse wieder aufzunehmen. Nicht, dass es alle gleichberechtigt sind oder so. Nein, alles ist genau so, wie es davor war. Feine Message kann ich nur sagen. Der Film ist das Produkt von verblendeten, verbitterten und privilegierten Hollywood-Menschen, die anscheinend wirklich glauben, was sie den Menschen zeigen. Wir leben in einer der besten, privilegiertesten Zeiten der Geschichte hier im Westen und das ist eine super Sache, aber trotzdem hat Hollywood ein unstillbares Verlangen, es so darzustellen, als wären 50% der Menschheit immer noch Steinzeitmenschen und im Barbie-Film wird bei dem Versuch auch noch so dümmlich vorgegangen, dass man es nur in den Kopf greifen kann. Als Barbie zurück in das angeblich unterdrückerische Patriarchat Kenland kommt, ist es das Einzige, was Ken wirklich möchte, Barbies Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen und freut sich wie ein kleines Kind, als Barbie vorgibt, ihm die zu geben. Die Kenz spielen den Barbies Gitarrenmusik am Lagerfeuer vor, weil sie ihm romantisch sind und die Barbies haben größte Freude daran, sie zu verunsichern und runterzumachen und verhalten sich tatsächlich sau brutal. Und dann sollen die Barbies aber gut finden, beziehungsweise ihr Matriarchat, das übrigens nichts anderes ist, als die schlimmste Form eines Patriarchats, nur eben mit Frauen an der Spitze. Es ist alles eigentlich eher strange. Aber bitte, liebe Frauen und Männer, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr daran gut fandet, würde mich wirklich interessieren. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.